Hi Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich bin Frau Markwater und ja, es ist noch so Frau Markwater. Spät ist es. Es ist gleich halb sieben. Ich konnte nicht wirklich schlafen und deswegen habe ich mir überlegt, suche ich mir aus dem Internet ein Bild raus von Anita, Vita Girl Entertainment. Ja, ich bin ein Communitymitglied und ich hoffe, dass sie das vielleicht irgendwann mal sieht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, da ich dieses Bild von Rubinescafé sie abgemalt habe. Ich habe nichts durchgepaust. Ich habe abgemalt, ich weiß, die Bands sind ein bisschen komisch. Oder vor allem das hier, also das. Aber ja, ich bin halt auch noch nicht so lange hier. Und ja, ich wollte euch noch kurz die anderen Pferde zeigen, die ich in letzter Zeit gemalt habe und euch noch nie gezeigt habe. Und natürlich mein Lieblingspferd. Bis gleich. Okay, hier bei der Nummer 1 sehen wir ein Pferd, das ich in den ganzen Körper gezeichnet habe. Das hat echt lange gedauert, aber der Kopf ist immer zu klein. Naja, was findet ihr davon? Schreibt es in die Kommis. Diese Stute gehört Lucky in Real. Und ja, ich weiß nicht, ob ich ihr Namen verraten darf. Jedenfalls vielleicht kommentiert sie dieses Video. Auch wieder das Pferd von Lucky. Bye Leute, Sprecherplatz. Eine ganze Zeit. Die Sendung hat ein sehr basses Stück. Und das ist ja, ich würde dir meine début, Vielen Dank.